Jo Leute und willkommen bei einem neuen Video und Freunde, es gibt seit langer, langer Zeit endlich wieder ein Reaction-Video. Und zwar kennen wir doch alle die Situation, wir sind an unserem Handy, wechseln die Social Media Apps in Sekundentakt, weil wir uns durch alles schon durchgeguckt haben und dann landen wir vielleicht auf Facebook oder auch auf TikTok und dann guckt man hier ein Video und da ein Video und plötzlich hängt man fest in einer Dauerschleife an den krassesten Menschen der Welt. Meistens Leute, die irgendwie irgendwo im Ausland arbeiten und halt ultrakrank kochen oder ultrakrank Dinge zubereiten. Wir kennen doch alle, wenn die Leute in Sekundengeschwindigkeit die leckersten Mahlzeiten der Welt zaubern und auf genau so welche Videos reagiere ich heute. Ich dachte mir, okay, ich lasse mir einfach ein Video zusammenstellen und wir zusammen schauen mal, was die Leute da draußen auf der Welt so drauf haben. Ich bereue es jetzt schon wahrscheinlich, dass ich nichts zu essen habe, bei diesen Videos bekommt man immer Hunger. Was auch übrigens viele Leute von euch bei meinen Videos geschrieben haben. Heute leiden wir auf jeden Fall zusammen. Lass uns mal schauen, was für krasse Menschen da draußen es so gibt. Let's go. Bam. Okay, Stick, es geht direkt los. Ich liebe es, Essen anzugucken. Das sind so Mini-Pancakes. Der Typ hat gerade um die 40 bis 50 Pancakes in 10 Sekunden umgedreht. Das ist crazy. Das haben wir hier. Oh, das auch. Ja, das kenne ich auch. Das ist so eine asiatische Süßigkeit. Das ist auch ganz dünner Teig. Oh, das ist so satisfying anzugucken. Ich würde da selber am liebsten gerade einfach nur sitzen und einfach mal ausprobieren, ob das wirklich so einfach geht. Oh, das ist heftig. Auch, dass die so die ganze Teigmasse so an der Hand hatte, die nur so einmal gegendrückt, wieder abzieht und plötzlich so einen perfekten Pfannkuchen hat. Faszinierend. Weiter geht's. Oh. Oh ja. Das ist, das ist mein Leben, Freunde. Das ist wirklich mein Leben. Ich habe sowas mal in Thailand gegessen. Man kennt auch oft so Oktopusbällchen. Das ist wahrscheinlich dasselbe Gericht. Ich habe das auch schon mal mit Käse gegessen. Die sind hammerlecker. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist so Ei-Kartoffelmasse. Mega lecker auf jeden Fall. Oh, das sieht auch geil aus. Sind das so Summer Rolls? Nee, das ist auch so eine süße Spezialität. Boah. Was sind das für geile Pfannkuchen. Aufgerollt in einem Spieß mit Füllung. Hä? Doch herzhaft? Der klatscht da gerade noch Mayo drauf. Oh mein Gott, ey. Burritos. Bohnen. Da ist einer mit Rindfleisch. Und der rechts ist wahrscheinlich mit Chicken. Was klatscht der da alles rein? Tomaten, Guacamole, Joghurtsoße. Was ist das? Boah. Ach, Freunde. Ganz ehrlich, Burritos ist einfach geil. Ich könnte jeden Tag Burrito essen. Wie schnell auch. Auch in Köln wartest du locker 10 Minuten, bis dein Burrito fertig ist. Der Typ hat den gerade in 20 Sekunden hingeklatscht. Oh. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Oh, ich bin der schlimmste Reactor. Merke ich jetzt schon, weil ich immer stoppen muss. Sein Instagram-Kanal heißt Cizan Burak. Also CZN. Burak Östemir heißt der, glaube ich. Ich liebe diesen Typen. Ne, biggest dream, den irgendwann zu treffen. Mit dem ein Video drehen, wirklich Traum. Das wäre ein big Traum. Der hat in der Türkei ein Restaurant. Und der macht so geile Essens-Videos. Alles immer so ein XXL. Aber so richtig, richtig fresh. Oh ja. Der weiß, was der macht. Der ist einfach Profi. Wirklich Idol. Der ist auch immer so gut gelaunt in seinen Videos. Ich gucke den immer auf Instagram. Und ich kriege einfach immer gute Laune, wenn ich ihn sehe. Der schneidet einfach mit einem Schwert das Brot auf. Weißt du, das Burak schneidet mit einem Schwert das Brot auf. Oh. Was ist das für ein Burger Patty? Oh mein Gott. Yo. Alles klar. Was ist das? Oh. so viel käse wo noch ein stück applaus richtig geil weißt du das ist ein xxl burger auf kein fake basis freunde soll ich diesen burger aus diesem video nachmachen schreibt es in die kommentare wenn mehr als 100 leute dabei sind versuche ich genauso ein burger nachzumachen das ist ein saftiger xxl burger auch mit dieser pommes umrundung heftig auch so excalibur mäßig einfach das schwert reingehauen okay weiter geht's wir sind wieder in der asiatischen küche lachs ist das wahrscheinlich thunfisch so thunfisch sashimi macht er auch so smoother schnitt bam ich liebe sashimi das schmeckt so geil einfach so in soja eindippen und dann genießen da haben wir auf jeden fall kaffeekunst am start was wird das oh mein gott einfach ein gesicht ich kenne das nur mit so einem herzchen oder sowas aber einfach ein gesicht auf ein kaffee es ist wirklich wahre kunst so viel detail wow 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 mega laut junge 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 der kann auf jeden fall schnell pizza schneiden habt ihr das gesehen fertig aus ende aber genau so welche leute er hat das echt schnell gemacht aber vertrauen tue ich diesen leuten gar nicht weil wenn ich meine pizza bestelle dann sieht das immer so auf den ersten momente aus dass die geschnitten ist aber dann musst du am ende des tages die selber noch abreißen und es gibt nichts schlimmeres als wenn man sein pizza stück abreißen will und man einfach so ein schönes ne so ein dreieckiges pizza stück essen will und dann weil es so schlecht angeschnitten ist plötzlich dann so dieses stück einfach in der mitte abreißt und nach rechts zieht kennt ihr das wenn man so denkt doch jetzt ein pizza stück und plötzlich fehlt dir so die hälfte vom stück und das sieht sauhässlich aus lieber langsamer und dafür aber zweimal drei drüber dass die auch safe abgetrennt ist wenn es gut trennt dann heftig auf jeden fall sehr effektiv die leute denken hier auf jeden fall alle sehr effektiv das geht meistens richtig schnell aber logisch müssen wahrscheinlich auch ohne ende kochen am tag wenn wenn die da so 1000 pizzen am tag haben da musst du so schnell schneiden in drei sekunden der mango geschnitten wenn das eine mango ist ich weiß gar nicht ich kann es so schwer kennen er ist eine mango diese leute wissen einfach was sie machen das war misslich irgendwie so in deutschland ich war ja schon an einigen orten auf der welt und ich bin ja echt street food liebhaber und du kriegst im außen einfach so viel geiles street food einfach so mal schnell eine mango essen der geht schon raus und kauft sich eine mango und schält die draußen schnell und genießt es es ist so geil bam 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 schnell geschnitten du kannst sie unterwegs snacken hammer ananas ein ananas schneiden ist auch nicht so einfach was macht er da ich check noch nicht wo das hink soll jetzt kommt der drop was passiert und was kommt aber gleich rum ok er erzählt perfekt entkernt im entwick hat er perfekt das fruchtfleisch da raus geschnitten und es einfach in die tüte droppen lassen auch geil hammer mango wieder oder ja ich weiß was er macht er wird jetzt so eine mango blume machen ob es muss man öfters essen vergesse ich auch immer wieder geil ich habe jetzt richtig lust auf mango war damit gewinnt man doch jedes frauenherz oder mein herz gewinnt man hätte schon mal eine mango blume geschenkt bekommen nein das ist das ist echt nice ganz schnell bambambambambam ich wünschte ich könnte so schnell kochen da hätte ich meine kochvideos in einer stunde abgedreht da sitzt einfach jeder griff einfach so schnell abgewogen ich bin echt nervös irgendwie geworden den habe ich schon mal gesehen das ist so satisfying guck mal wer wirft dreht es dabei und dann landen die immer so getrennt war ich wünscht ich will das gar nicht gerade essen ich will das einfach mal probieren ob das so einfach geht er lässt so diese teigtaschen tanzen was kommt jetzt ja mann und jetzt noch einmal schön verteilen die waren doch schon perfekt für die schaufreunde für die show hammer richtig geil okay er lacht schon so witzig bin gespannt was kommt wir halbieren eine tomate okay das sind schon sehr 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 feine dünne schnitte das würde ich aber auch vielleicht noch hinbekommen ja doch das würde ich hinbekommen aber was kommt jetzt das ist richtig schön das richtig geil voll voll machbar das würde ich echt hinbekommen dass es macht man muss sie einfach nur fein schneiden und es ist echt eine schöne art einfach eine tomate zu platzieren ob du jetzt eine tomate einfach klein geschnitten drauf haust oder sie so schön schneiden sondern rein drehst das auge ist immer mit freunde das auf so ein gutes stück büffel mozzarella diese tomate unten so ein bisschen salat basilikum das könnte geil sein auch sehr sehr schön okay der schneidet schon auch in einem guten tempo sehr sehr dünn so präzise würde ich es doch nicht mehr bekommen irgendwie schmecken auch manchmal dinge viel geiler wenn wurde jetzt blind gemacht ich nehme alles zurück ich will mich gar nicht auf ein level mit ihm stellen ich bin kindergarten er ist doktor professor ich habe so respekt vor diesen leuten das ding ist halt es ist ja kein talent es ist einfach harte arbeit und davon muss man einfach respekt haben sind leute die einfach jeden tag das machen auch so satisfying einfach bam 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 alles klein hacken ich könnte mir glaube ich den ganzen tag videos angucken wo leute dinge klein hacken und in 20 sekunden eine wassermelone da bin ich gespannt gleich lerne ich ja was ja 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 präzise schnitte auf jeden fall warum was weiß ist übrig geblieben zehn sekunden sind um bam 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 ja mann da mal ein bisschen noch ich will gar nicht sagen also ist jetzt nicht ultra sauber es gibt leute die würden das sauberer hinbekommen dass die tücke einfach gleich dick sind aber als echt hinbekommen 20 sekunden ich wie gesagt ich will mich gar nicht vergleichen respekt auch sehr schnell sehr sehr schnell was schneidet er denn was man umdrehen kann ich kann man so was schneiden darf man nur bis zur hälfte durchschneiden und dann umdrehen und die andere hälfte versetzt aber das ist richtig geil aus die auch diese fasern und die struktur davon cool oh ja ich habe auch so ein messer ich liebe dieses messer ich könnte ja echt alles damit schneidest bockt einfach mit so einem messer zu schneiden bam 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 perfekt richtig nice was schneidet er jetzt was ist das kurken ja in was für einer masse er das auch alles runterschneidet tofu ja okay ich habe es verstanden ja er schneidet saupräzise nur bis zur hälfte und jetzt dreht er es noch mal um und dann schneidet der einen versetzt so dass er quasi nicht durchschneidet ja und jetzt kann man das halt so lang ziehen und das muss ich auf jeden fall mal ausprobieren das sieht echt gut aus geht wahrscheinlich nicht so einfach aber ein bisschen übung freunde das jetzt einmal panieren in die fritteuse rein oh ja geil schlau wenn du so eine masse an limetten schneiden muss macht das keinen sinn die immer wieder zu platzieren mit einer hand würst du mit der anderen schlägst du durch oh ja ich war in bangkok da habe ich auch mal so ein iced coffee bekommen da hat auch einer so voll crazy getanzt und von einer seite seines tisches zu anderen diesen kaffee geschüttet aber so krass war ja nicht der macht das ja gerade mit wie viel bechern habt ihr das gesehen easy going ach der sammelt das kokosnusswasser fun story ich hatte mal eine liste aufgemacht von dingen die ich als ich das erste mal alleine in thailand war backpack mäßig war ich da unterwegs habe ich mir so eine liste gemacht an dinge die ich machen will dann war ein punkt eine kokosnuss pflücken und sie selber aufmachen freunde ich habe eine stunde gebraucht für den ganzen prozess das ist echt nicht so einfach oh ja was macht er auch so ein pancake ja ne junger war es schon der perfekte dachte es ist das könnte auch so ein omelett sein mir fällt erst jetzt auf dass der einfach ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf box dort stehen hat der kocht also elf mal gleichzeitig alles sitzt alles sitzt da einfach faszinierend ich würde echt bisher alles von diesem video probieren wollen okay das ist so ein japanisches omelette bist du auch life goal das einmal zu probieren die packen das omelette auf reis und dann schneiden die das auf und dann geht das so auf oder ist es das ich habe schon so viele videos gesehen wo leute das gekocht haben oh ja da ja das ist das ist ein japanisches omelette so lecker ich kann mir vorstellen dass viele leute auch irgendwie ekelhaft finden boah richtig boah das präzise geworfen seitlich gefangen und das einfach ausgelaufen ich brauche auch so eine platte irgendwann was man alles mit eiern machen kann fresh was kommt da okay wir haben also zwiebeln die so trichterförmig aufgestellt sind okay jetzt brennt es da alles klar ist einfach ein vulkan den der aus zwiebeln gebaut hat crazy 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 freunde es gibt es nicht alles auf dieser welt und wie crazy sind wir menschen eigentlich aus dass man nicht alles lernen kann wenn man etwas oft und hart genug tut oder macht oder wie auch immer jetzt habe ich hunger bekommen ich kann nicht mehr denken fuck ich hätte doch was vorher essen sollen auch man nicht könnte das noch stunden weiter gucken wirklich das waren zwei minuten in meinem leben gefühlt gerade deshalb auch immer das ding man denkt immer man ist nur zwei minuten mal eben am handy und genau deswegen sitzt man dann eine stunde davor gut freunde wenn ich das video gefallen hat dann zeigt das mit einem daumen nach oben lassen aber da aktiviert die glocke schön dass wir dieses gemeinsame erlebnis teilen konnten und ja vielen dank fürs zuschauen und schreibt mal in die kommentare ob wir mehr reaction videos in zukunft sehen wollt und wenn ja was für ideen auf was soll ich noch reagieren habt ihr noch andere verrückte koch videos die erkennt die ich mal unbedingt sehen muss haut alles in die kommentare die budak burger challenge die behalte ich im hinterkopf ich will diesen burger nach machen ich glaube das könnte richtig geil werden und euch einen schönen tag und guten appetit ciao